Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich heiße Sie willkommen zu meinen kleinen Schulungsvideos und diesmal geht es um verschiedene Begriffe rund um das Wort Job, zum Beispiel Job Enlargement, Job Enrichment und Job Rotation. Aber ehe wir uns das genau anschauen, schauen wir mal was sozusagen drüber steht. Drüber steht, weg von Taylor. Wer war Taylor? Taylor, Sir Frederick Taylor hat Anfang des 20. Jahrhunderts Arbeitsprozesse sehr stark standardisiert und das Prinzip eingeführt pro Handgriff ein Arbeiter. Und genau diese Standardisierung und dieses Prinzip pro Handgriff ein Arbeiter dreht man jetzt wieder zurück, denn Enlargement heißt Erweiterung und zwar zunächst mal quantitativ. Das bedeutet, der Arbeiter bekommt jetzt wieder mehr Handgriffe, nicht pro Handgriff ein Arbeiter, sondern mehrere Handgriffe pro Arbeiter. Enrichment ist die Arbeitsbereicherung. Das bedeutet eine qualitative Steigerung. Er bekommt jetzt auch mehr Verantwortung. Und Rotation, Job Rotation ist der gezielte, Der gezielte Einsatz auf mehreren Arbeitsplätzen, also nicht als Springer, sondern gezielt schaltet man hier mehrere Arbeitsplätze hintereinander und der Mensch wechselt von dem einen zum anderen in einem bestimmten Rhythmus, um sich bestimmte Kenntnisse zu erarbeiten. Ja, das ist es schon wieder. Vielen Dank. Schauen Sie doch mal unter spaßlerndenk.de. Dort finden Sie meine Seminare oder unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie meine Lernhilfen. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.